Das ist jetzt ein bisschen ein versteckter Winkel da in der Nähe von Breitenbach und schau, 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 was sich da tut, das habe ich jetzt selber nicht geglaubt, da ist der ganze Wald voll mit Frühlingsknotenblumen, wenn man da genau schaut, werden ein bisschen reingehen, aber da am Wald ran sind sie alle und überall stehen sie büschelweise, bis du nahigst. Auch haben wir, alles voll, ich habe es jetzt nur von der Weiten gesehen und man denkt, das gibt es ja nicht und schau, glatzert überall, da ist es ein bisschen sumpfig, zumindest nass, mit alles so Totholz, das scheint dir nicht zu gefallen, oder? Ja, gewaltig, wo du hinschaust, jeder Quadratmeter voll, oder? Das war jetzt Zufall. Ja. 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 Ja.